VeChain steigt in nur 2 Tagen um fast 7% an. Ist das ein möglicher bullischer Impuls nach oben? Und können wir davon ausgehen, dass VeChain jetzt sehr stark weiterhin ansteigen wird? Darüber reden wir heute. Los geht's! Sie wollen in verschiedene Werte wie Aktien, Kryptowährungen oder auch Indizes investieren, wissen aber nicht, wie es dort weitergehen wird und wollen ihr Geld nicht verlieren. Wir haben einen neuen Patreon-Shop eröffnet, in dem wir unsere Ideen zu den beliebtesten Märkten teilen. Zu denen haben wir in jedem Paket auch eingeführt, dass sie ihre Werte uns nennen können und wir ihnen unsere Ideen und Markteinschätzungen zu diesen Werten geben. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne auf unserer Patreon-Seite vorbei mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Wir starten in unserer 1-Stunden-Annahme. Jede Kerze repräsentiert hier genau 1 Stunde. Sie sehen es, wir hatten eine Welle 1 nach oben und dann eine Welle 2, die möglicherweise jetzt hier schon gedreht hat mit der finalisierten Welle C. Was ganz klar zu verstehen ist, dass eine Welle 2 immer aus den 3 Wellen A, B, C hier bestehen muss. Das heißt, wir gehen davon aus, dass nach der Abschließung dieser dritten Welle, also nach der Welle C, eine Struktur nach oben hin ausgebaut wird in Richtung der Welle 3. Und diese Welle 3 haben selbstverständlich eine Zielzone, die wir bereits für sie eingerichtet haben. Und diese präsentiere ich Ihnen jetzt. Hier sehen Sie jetzt die besagte Zielzone von VeChain im kurzfristigen Chart, die möglicherweise noch im November erreicht werden kann. Wir haben hier Ziele zwischen dem 1,618er und dem 2,764er Fibonacci-Expansionsniveau. Also möglicherweise in Richtung der 2,2-Cent-Marke kann VeChain hier laufen, vielleicht sogar in Richtung der 2,7-Cent-Marke. Und das im kurzfristigen Bereich, bevor wir eine weitere kleine Korrektur in der Welle 4 bekommen. Das heißt, VeChain könnte kurzfristig jetzt weiter noch ansteigen über diese 7%-Hürde, die wir jetzt schon an Anstiegen sehen, hinaus. Ohne Probleme, wenn man jetzt noch einsteigen würde, was man natürlich nicht muss. Aber wenn man jetzt einsteigen würde, könnte man möglicherweise kurzfristig noch 30% Gewinne mitnehmen und möglicherweise sogar bis hin zu den 56% gewinnen. Wie Sie es vielleicht hören, bin ich etwas angeschlagen. Aber selbstverständlich kommt dieses Video dennoch für Sie online. Es würde mich daher sehr freuen, wenn Sie meinen Einsatz würdigen und dem Video einen Daumen nach oben dalassen und den Kanal abonnieren, wenn Sie weitere Inhalte wie diese nicht mehr verpassen wollen. Wir springen rein in unseren mittelfristigen Ausblick für VeChain. Wir haben hier ein Tief hinterlegt bei 1,3 US-Cent. Und dort folgte dann eben diese Welle 1 nach oben hinaus. Und die hatte dann eine folgende Welle 2 Korrektur. Und danach hatten wir ja hier schon beträchtliche Anstiege beobachten können bei VeChain. Nach diesem Bereich, aus dem wir hier rausgekommen sind, in Richtung der übergeordneten Welle 3. Das heißt, auch übergeordnet befinden wir uns hier in einer möglichen Welle 3 Struktur zwischen dem 1,618 Level und dem 2,236 Level. Also irgendwo zwischen 2,7 und 3,2 US-Cent. Das heißt, wir würden auf jeden Fall auch übergeordnet starke Anstiege erwarten bei VeChain. Das ist also kein kurzfristiger Anstieg, der jetzt hier stattfindet, sondern wir erwarten, dass bis in den Anfang von 2024 VeChain jetzt hier weiterhin steigen wird, bevor wir die erste Korrektur wieder sehen. Das heißt, wir können damit rechnen, dass VeChain möglicherweise hier 60% steigt, bis in den Frühling, bis zum Anfang 2024. Möglicherweise sogar bis hin zu den 87%. Das heißt, wir haben bei VeChain definitiv auch mittelfristig sehr, sehr starkes Potenzial für den Preis. Das heißt, es würde sich auch mittelfristig lohnen, hier bei VeChain einzusteigen. Ganz wichtig ist, das ist keine Finanzberatung. Wir können lediglich unsere Idee für den Chart anhand der Elliott-Wellen-Methodik hier in die Analyse bringen und dann ihnen vorstellen. Das heißt, sie müssen nach wie vor die Entscheidung selber treffen und auch entscheiden, ob sie diese Idee teilen oder ob sie eine andere Idee zum Chart teilen. Selbstverständlich wollen sie natürlich auch das übergeordnete Bild bei VeChain sehen. Das heißt, wir werden jetzt reinspringen in unseren höchsten Chart, den wir hier haben und werden ihnen genau zeigen, wohin der Preis in den nächsten Jahren, also im nächsten Bullrun bei VeChain laufen wird. Für die Zuschauer, die schon etwas länger auf dem Kanal sind, sie kennen diesen Chart mit Sicherheit. Der legendär gewordene VeChain-Ein-Wochen-Chart auf unserem Kanal. Jede Kerze repräsentiert hier genau eine Woche und wir sehen eine ganz klare Struktur. Hier eine Welle 1, dann eine Welle 2, die sehr tief kam. Deshalb wurde darauf spekuliert, dass VeChain möglicherweise in Richtung der 0-Dollar-Marke laufen kann und quasi wertlos werden würde. Aber VeChain hat sich natürlich aufgerafft, hat die Trendwende vollzogen, macht auch jetzt gerade sehr viele Events, zum Beispiel auch eine Partnerschaft mit der UFC. Generell kann man sagen, dass VeChain sich immer mehr im öffentlichen Raum etabliert. Wir sehen generell, dass VeChain also sehr viel da rein investiert, hier ein wirkliches Projekt auf die Beine zu stellen. Wir können nur davon ausgehen, dass sich das Ganze da noch im Chart überträgt auf die Daten. Deshalb haben wir hier eine Zielzone für diese Welle 3 eingerichtet, die im realistischen Rahmen mindestens zum 1,618er Extensionsniveau laufen muss. Dieses liegt hier bei 45 US-Cent. Möglicherweise kann der Preis aber auch noch ansteigen bis zum 2,854er Level, also bis zu 80 US-Cent. Das heißt, wir haben hier übergeordnet sehr, sehr starkes Potenzial bei VeChain. Wenn wir uns das natürlich auch einmal im Gewinnbereich anschauen, dann ist es gar keine Frage, dass wir dieses Hoch bei 28 US-Cent locker brechen werden und darüber hinaus bis zum Mindestziel schon 2500% Anstiege drin hätten. Was wichtig zu betrachten ist, sobald der Preis bei VeChain hier über das 3,2 US-Cent Level läuft, wird es nicht mehr so rentabel. Das heißt, unsere Einstiegszone bei diesem Level zwischen dem 1er und dem 88,7er Fibonacci Retracement gilt nur solange sich der Preis eben hier auch dort drin befindet. Darüber hinaus kann VeChain, wie gesagt, auf diese möglichen Höchststände ansteigen. Sogar ein realistischeres Level, was beim 2,236er Niveau liegt, würde ihr Kapital immer noch für 35 fachen. Wir schauen uns das Ganze natürlich im Maximalbereich an. Richtung des 2,854er Levels wären es hier 4500% knapp, die sie an reinem Gewinn mitnehmen würden. Das heißt, VeChain hat sehr, sehr viel Potenzial, wenn man hier einsteigen würde und hat natürlich auch dank des reellen US-Cases ein großes Potenzial für die Zukunft. Was wir ganz klar zu verstehen geben wollen, ist, dass VeChain nicht auf die 0-Dollar-Marke läuft, sondern eben dieses starke Potenzial auf jeden Fall im nächsten Bullrun bis 2026 wahrscheinlich oder bis 2025 ausbilden wird. VeChain ist also eines der Altcoins, die wirklich an ihren Projekten hart arbeitet und das wird sich dann auch im Chart zeigen. Das heißt, wir gehen bei VeChain davon aus, dass man in der Zukunft hier in dieser Preisregion von 50 bis 80 US-Cent rechnen muss, bevor wir zum nächsten starken Bärenmarkt kommen werden. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt noch einmal auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen, bullishimpulsmanagement.gmail.com. Dort können Sie uns sämtliche Fragen stellen, die Sie zu unseren Charts haben und natürlich sind dort auch Kooperationsanfragen gerne erwünscht. Vielen Dank! Vielen Dank!